Herzlich willkommen zu unser aller Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich was ganz Tolles für euch als letzte Woche versprochen. Auf AIDA-SOL ist das Ensemble zurück und da haben wir uns sehr drüber gefreut und ihr werdet tolle Bilder sehen. Danach Kapitän Kurs nimmt uns mit auf die Brücke und dann, natürlich, werden wir uns ein bisschen gruseln. Wir haben uns so sehr drauf gefreut und wir waren so gespannt. Und als wir die ersten Bilder gesehen haben von AIDA-SOL, von dem ersten Ensemble, das wieder zurückgekehrt ist, da ist uns allen das Herz aufgegangen. Und das passiert bei euch jetzt sicher auch. Bitteschön. März 2020. Das letzte Showensemble hat an Bord eines Kussmannschiffes gespielt. Oktober 2021, 20 Monate später, können wir endlich wieder mit voller Stolz verkünden, Die AIDA-Stars sind zurück an Bord! 3, 2, 1, go! My last contract on AIDA, I have done one and a half year ago. So now I'm so happy to be here again, to perform on stage, to meet my friends, to meet new friends. Und das ist wirklich cool, dass wir wieder einen Job haben. Wenn ich darüber nachdenke, dass wir wieder an dem Punkt sind, wo es losgeht, werde ich persönlich immer gleich emotional. Ich meine, wir sind hier und dürfen als erstes Schiff wieder richtig starten. Wir dürfen dazugehören zu diesem Projekt. Und das ist eine unglaubliche Ehre und ich bin einfach nur froh, dass wir die Magie wieder auf die Bühne zurückbringen können. Das Showensemble ist an Bord, um den Gästen die Reise zu bieten, die komplett abgerundet ist. Natürlich steht AIDA dafür, dass man die Welt bereisen kann. Aber AIDA heißt ja auch nach Hause kommen. Und wenn ich abends nach Hause komme, möchte ich natürlich abends auch entertained werden. Und das, was sich die Gäste vielleicht zu Hause vor dem Fernseher oder beim Treffen mit Freunden holen, das bringen wir hier ins Wohnzimmer aufs Theater. Das ist definitiv die wichtigste Show für den Gefühl, die die Publikum bekommen, weil sie die Musik kennen und so instantly sind sie schon in mit dir. Musik Für die Choreografie zu sein werden, Es dauert nur eine Woche, um eine Woche zu lernen, und wir haben es auf der Stelle, um es zu machen. Wir sind auf der Sitzung für fünf Wochen, das ist genug Zeit. Es ist viel Zeit, aber es ist genug Zeit, aber es ist genug Zeit, zu lernen alle die Shows, haben sie teched und bereit zu performen. Musik Für mich, es ist so großartig zu sein, denn das ist mein drittes Job, seitdem ich klein war. Ich wollte immer auf der Sitzung, ich wollte immer auf der Welt, und dieses Job kann mich zu machen. Ich habe auch das letzte Jahr und ein halb, in England, mit Englischen Menschen. Und es ist so großartig zu sein, wo ich mit anderen Kulturen zurückbekommen kann. Ich werde manchmal zu performen auf der Sitzung mit Menschen aus den Philippinen und von Ukraine, wo ich immer diese Möglichkeiten aus der Sitzung von der Sitzung. Es ist so großartig zu sein, zu sein, wo ich mit anderen Kulturen zurückbekommen bin. Musik Musik Tolle Bilder, oder? Und ihr könnt euch schon mal freuen, das Ensemble kehrt auf allen Schiffen zurück. Schritt für Schritt, weil es ist nicht so einfach, aus aller Herren Länder die Leute zusammen zu kriegen, bei den heutigen Auflagen, die es gibt. Aber wir arbeiten daran, jeden Tag und alle zusammen. Und jetzt kommen wir zu Kapitän Kors, der nimmt uns mit auf die Brücke. Der dritte Teil seiner Dokumentation von der Brücke. Viel Spaß. Herzlich willkommen auf der Brücke, liebe Gäste. Mein Name ist Tönnies Kors. Ich bin Ihr Kapitän auf unserer AIDA Blue. Musik Wir sehen hier einen unserer sechs Multipiloten. Ein Multipilot ist ein integriertes nautisches Anzeigesystem. Das verschiedene navigatorische Daten, wie den gesteuerten Kurs, unseren geplanten Track, also den Kurs, den wir steuern wollen, anzeigt. Sowohl auch meteorologische Daten, wie den Wind. Und als Kernstück dieses Anzeigesystems, also das in dem Kreis, das Radar mit der hinterlegten elektronischen Seekarte. Das Radar funktioniert über die Radarantenne. Die haben Sie sicherlich oben schon mal gesehen, dieses sich drehende Antenne. Das ist über Radiowellen eine Richtungs- und Abstandsmessung. Und über den zeitlichen Verlauf des Radarstrahls wird die Distanz gemessen und dann hier dargestellt. Den Küstenverlauf haben Sie gesehen. Und der spiegelt sich hier als gelbes Echo. Ich kann das Radarbild auch wegnehmen. Dann sehe ich nur die Seekarte selbst. Das gleiche gilt für Schiffe. Auch die haben einzelne Echos. Und diese Echos lassen sich plotten, also verfolgen. Das heißt, es wird ein Kästchen sozusagen über dieses Echo gelegt und die Bewegung mit geplottet. Und daraus ergibt sich dann dieser Vektor. Das heißt, wir sehen in welcher Richtung, mit welcher Geschwindigkeit das andere Schiff fährt. Meine Verlockung der Woche waren die wunderbaren Bilder von AIDA Sol. Da ging mir wirklich das Herz auf Eure Verlockung der Woche. Die kommt jetzt. AIDA Blue ist unterwegs im Mittelmeer. Unsere Reise beginnt in Civitavecchia und führt zuerst nach Malta. Weiter geht es nach Sizilien. Catania erwartet uns. Als nächstes besuchen wir Palermo im Norden. Wir machen noch Halt in Neapel und auf der Insel Sardinien und kehren zurück zu unserem Ausgangspunkt. Civitavecchia. Ich habe eben eine Nachricht bekommen. Ich soll im Keller gehen, weil es ist Halloween. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Und eins möchte ich sagen. Liebe, liebe Kinder, guckt nicht hin. Das ist nicht vorn. Lasst eure Eltern für euch gucken. Wer sich gruselt, soll jetzt nicht hingucken. Ihr guckt nicht hin. Und alleine gucken sollt ihr es auf gar keinen Fall. Und es ist alles nur Spaß. Mal gucken, was hier los ist. Liebe Kinder, ihr sollt doch nicht gucken. Gäste. Na, haben Sie es auch schon gespürt? Diese Vibration, diese Veränderung auf diesem tollen, wunderschönen, langweiligen Schiff. Ja, das wird sich jetzt ändern. Ich habe ganz viele Freunde eingeladen. Wir wollen ein rauschendes Fest feiern. Mit Ihnen. Keine Ahnung. Sie tun niemandem etwas zu leiden. Und Sie sind schon angekommen. Und ich sage auch einige. Sie können sich auf etwas gefasst machen. Wie gesagt, es wird ein rauschendes Fest. Hahaha! Ha, 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 ha. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ha, 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 ha. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. HCom. Aaaaaah! 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 Das war wirklich gruselig. Das haben die Kollegen von AIDA MAH wirklich toll gemacht. Und wir bleiben noch ein bisschen bei Halloween, weil jetzt kommt tolle Musik von unseren Bühnen und großartige Bilder von unseren Reisen. Und alles unter dem Motto Halloween. In another dimension, with voyeuristic intentions, girls included, as you all. With a bit of a mind flip, you're doing the time flip, and nothing could ever be the same. You're slipping out of sensation, like you're under sedation. Let's do the time warp again, let's do the time warp again. I was happy about the truth, he doesn't have enough faith, when he's looking at the guy, give me an evil brain. He shook me up, he took me by surprise, he broke a big gun truck and had the devil's eyes. He said to me, and I felt betrayed, time meant nothing, but it would be good. Let's do the time warp again, let's do the time warp again. It's just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your head. With your hands on your head. And bring your knees in time. And it's a velvet crush. And it's a velvet crush. And it's a velvet crush. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Was? Was? Geisterjäger? Auf dem ganzen Schiff? Nein! Dieses scheiß Ghostbusters! Was ist das jetzt? Warum nicht erwischen Sie mich nicht? Ich muss mich verändern. Ich muss mich tarnen. Moment! Oh, ich find das ist tarnend genug. Ich bin's, euer Udo. Und ich werd mich jetzt verpissen. Hinterm Hochzeuge geht's weiter. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020